Von der Hölle auf Erden berichten Urlauber, die aufgrund der Waldbrände von der griechischen Insel Rhodos evakuiert wurden. Es ist die größte Evakuierungsaktion der Geschichte Griechenlands. Rund 20.000 Urlauberinnen und Urlauber mussten am Wochenende vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden und teils alles zurücklassen. Das Hotel hatte uns gesagt, wir sollten warten. Sie würden kommen und uns abholen. Aber niemand kam mehr. Alles war schwarz vor Rauch. Alles, was man sehen konnte, waren Flammen. Allein auf Rhodos waren am Sonntag zehn Löschflugzeuge und acht Hubschrauber im Einsatz. Auch auf der Ferieninsel Corfu wüten die Flammen. Auch hier werden laufend Touristen evakuiert.